. Herzlich willkommen zu Alle Spiele, Alle Tore live auf Teleklub. Heute mit den Partien GC gegen St. Gallen und Lugano gegen Thun. Es ist Samstagabend, es ist die 29. Runde, Teil Nummer 1. In der nächsten Halbstunde werden wir Sie zu Hause über alles Wichtige informieren, was an diesem Samstagabend in Sachen Fussball in der Reifisen Super League passiert ist. Begrüssen Sie ganz recht herzlich. Und begrüssen möchten natürlich auch unsere beiden Experten, Rolf Finger und Dani Gigax. Herzlich willkommen. Guten Abend. Wir schauen uns, glaube ich, zuerst einmal an, was für Partien das auf uns wartet. Das sind zwei Partien mit zwei neuen Trainer an der Seitenlinie. GC mit Matthias Walther gegen den FC St. Gallen und Guillermo Abascal beim FC Lugano. Der ist im Abstiegskampfduell heute auf den FC Thun getroffen. Morgen haben wir dann noch drei Spiele für Sie im Programm. Basel gegen Lausanne, Luzern gegen Sion und die Berner Young Boys. Die spielen morgen dann zu Hause im Staten Suisse gegen den FC Zürich. So, das erste Spiel, das wir heute Abend abhandeln wollen, ist der Match zwischen Lugano und dem FC Thun. Guillermo Abascal ist seit dieser Woche der Chef an der Seitenlinie. Und das, obwohl der Präsident Angelo Renzetti da noch der eine oder andere Name zuerst angegangen ist, bevor er dann mit dem Signore Abascal den Vertrag unterschrieben hat. Unsere Frau vor Ort ist Nathalie Barros. Und Frage an dich, Nathalie. Inwiefern hat sich die Verpflichtung von Guillermo Abascal heute für den FC Lugano schon auszuhalten? Ja, wir haben zumindest heute mal im Abstiegskampf einen Punkt gegen den FC Thun. Die beiden Mannschaften trennen sich nämlich 1 zu 1 Unentscheid. Und ich möchte meine beiden Gäste begrüssen, Marc Schneider vom FC Thun und David Mariani vom FC Lugano. Guten Abend. Guten Abend. Marc Schneider, ich glaube, wenn ihr zurückschaut auf die letzten 90 Minuten, dann nimmt man einen Punkt mehr als gerne mit. Ja, definitiv. Wir hatten einen denkbar schlechten Start. Und sind nachher immer etwas besser ins Spiel gekommen. In der zweiten Halbzeit hatten wir es etwas besser unter Kontrolle. Aber sie waren auch zu wenig zwingend. Und die paar Möglichkeiten haben wir nicht gut abgeschlossen. Aber schlussendlich bin ich sehr froh, dass wir diesen Ausgleich erzielen konnten. Ja, man hat heute ein 1 zu 1 Unentschieden geholt. Wie sehr hat man in diesem Spiel heute schon die Handschrift vom neuen Trainer gemerkt? Ja, ich denke vor allem bei den Standardsituationen. Die haben wir vorbereitet und haben auch eigentlich gut geklappt. Und ja, sonst haben wir eigentlich das versucht umzusetzen. Ist klar, es braucht Zeit, aber wir müssen jetzt punkten. Nach sechs Niederlagen müssen wir das Positive sehen und nehmen den Punkt mit. Ja, der FC Lugano hat einen Blitzstart verwirscht in das heutige Spiel. In der dritten Minute ist nämlich schon das 1 zu 0 gefallen. Genau nach so einem Standort von euch, hier in der Mariani. Wunderschön gemacht hier. Ja, eben. Wie gesagt, wir haben das eingestudiert. Tut mir leid, aber wir haben halt gesehen, dass das ein bisschen Schwäche ist vom FC Thun. Und ja, in dieser Situation haben wir es gut ausgenutzt. Wir hatten noch einen Latten-Kopfball. Ja, das wäre vielleicht eine Entscheidung gewesen. Du sagst, es gibt die Schwäche des FC Thun. Und ich habe einen Standard zu Marc Schneider. Was macht man da falsch? Warum? Ja, erstens machen wir ein ganz dummes Foul. Eine Seitenlinie mit dem Rücken zu unserem Goal. Den Stürmer dürfen wir erstens mal nicht zu Foul machen. Und zweitens, ja, der David hat richtig gesagt. Ja, das ist eine gewisse Schwäche, die wir versuchen abzustellen. Aber wenn wir einfach auf den Knopf drücken könnten, dann hätten wir es schon lange gemacht. Also man muss ja sagen, es war gut geschlagen. Sie sind alle dort, sie sind präsent. Und ja, wir haben es dort zu wenig gut verteidigt. Punkt. Aber es darf schon das Foul nicht geben. Das ist das grosse Problem. Und der Guillaume Fevre, zuletzt hat er tolle Auftritte gezeigt. Heute ist er nicht ganz so. Ist es nicht sein Tag gewesen? Ja, er hat jetzt heute nicht zu Null gespielt. Aber es war nicht so, dass der Guilla jetzt irgendwie, ich weiss nicht, was für Fehler gemacht hat. Überhaupt nicht. Beim Goal verteidigen wir aus Mannschaft schlecht. Ja, und sonst hat er sich ansteiglich reinbehalten. Also von dem her auch heute wieder ein guter Auftritt vom Guillaume. Ja, der Guillaume Fevre, die letzten drei Spiele hat er zu Null gespielt. Heute hat er aber eben das Goal kassiert. Und er hätte auch fast ein zweites Kassiert. Nämlich in der 50. Minute weitere Chancen für den FC Lugano. Und da der Abbraller, Guillaume Fevre. Da wären wir fast zwei zu Null in Führung gegangen. Ja, ich glaube, ich muss ein wenig mit mehr, ja einfach besser schiessen, würde ich sagen. Aber ja, der Abbraller hätte auch noch rein können. Ja, das war halt eine von ein paar Chancen, die wir nicht genützt haben. Der neue Trainer hat euch heute im Vorfeld von diesem Spiel sehr gelobt und hat auch gesagt, wie wichtig das dir für die Mannschaft seid. Er hat zuletzt gegen Basel, seid ihr gesperrt im Spiel vorher, seid ihr nicht in der Startaufstellung gewesen. Wie gut tun die Worte auch, die Wertschätzung, die jetzt ankommt? Ja gut, es freut mich, wenn er positive Worte hat. Mit mir selber hätte er jetzt nicht geredet. Ich weiss, dass nur etwas zählt und das ist auf dem Feld zu zeigen. Wir wollen nicht absteigen, das ist das Wichtigste. Wenn die Siegermentalität da ist, ist klar, dann machen wir alle gute Fälle. Das ist das Wichtigste, dass Lugano in der Super League bleibt. Ja, weder der FC Lugano will abstiegen noch der FC Thun. Sie haben heute wieder einmal Kampfgeist bewiesen. Nämlich in der 82. Minute, wo der Ausgleichstreffer gefallen ist durch Nuno da Silva. Marc Schneider, der Kampfgeist ist plötzlich wieder zurück. Ja, das ist etwas, was es braucht im Abstiegskampf. Absolut. Und da sieht man auch den Gregori, der das Goal vorbereitet, der unbedingt zum Abschluss, der Nuno nachläuft, dort müssen wir stehen auf dem Flügel. Und ja, natürlich auch glücklich, dass er genau dorthin fällt. Aber ja, man muss dort sein. Und für uns braucht es diesen Kampfeswillen, die Leidenschaft, die Bereitschaft, alles zu machen. Noch ein bisschen mehr zu machen, dass wir eben in dieser Liga bleiben können. Was hätte der FC Lugano in dieser Situation vorher besser machen sollen? Ja, wenn man die Wiederholung anschaut, ganz klar. Eben, was Marc Schneider sagt, sie hatten den Willen zum Goal zu machen, und wir hatten nicht den letzten Willen zum Verteidigen. Das ist ein Abprall. Wir müssen dort sein. Das sind eben die paar Meter, die wir machen müssen. Sonst fühlt man sich in der Challenge-Ling wieder. Das müssen wir wirklich ansprechen. Und unbedingt verbessern. Jeder Meter zählt. Sagt mir, jetzt steht die englische Woche bevor. IBE wartet auf euch. Daheim in Stockholm Arena aus der Vergangenheit. Es zaubert nach einem Lachen ins Gesicht. Kann man das nochmal wiederholen, was man da zuletzt gemacht hat? Die letzten zwei Spieler-Vorrunden. Ja, ein Derby ist natürlich immer etwas Spezielles. Da freuen wir uns drauf. Und ja, hoffen wir. Wir werden alles dafür machen, dass wir als Sieger vom Platz gehen. Wir wissen auch, dass es eine delikate Aufgabe gibt. Und wir wissen auch um die Qualität von IBE. Aber schlussendlich ist das Derby. Und das spielen wir zuhause vor unserem Publikum. Und da werden wir alles in die Waagschale werfen, die wir haben. Und wollen auch dort wieder versuchen, als Sieger vom Platz zu gehen. Die englische Woche mit einem neuen Trainer kommt ein wenig zu einem dummen Zeitpunkt. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit, sich mit ihm einzuspielen. Tut das alles ein wenig Training anpassen? Nein, sowieso jetzt ist alles nur Mentalitätsfrage. Ich freue mich mega auf die englische Woche. Also, es hat ja heute angefangen. Ich freue mich mega. Es macht eigentlich immer gut, wenn englische Woche ist. Ja, ich freue mich. Ich freue mich auf das grosse Spiel ins Jahr. Ich hoffe, wir werden dort auch Punkte. Merci vielmals, dass ihr da seid. Danke vielmals. Der FC Thun und der FC Lugano trennen sich heute mal bei diesem Abstiegskampf mit 1 zu 1 unentschieden. Es bleibt also weiterhin unglaublich spannend. Und ich bin ganz sicher, dass der Mann, der jetzt links von mir steht, ein 1 zu 1 unentschieden am heutigen Abend genommen hat. Die Mathias Walther, danke vielmals, dass sie trotz dieser bitteren Niederlage gegen den FC St. Gallen noch zu uns ins Studio kommen. Liege ich da richtig in der Ahnung, dass das 1 zu 1 das erste Mal verdient wäre und zweitens sie mit dem Handkuss genommen hätten? Es kommt darauf an, wie man das ganze Spiel gesehen hat, wäre wahrscheinlich auch sogar ein 1 zu 1 zu wenig gewesen. Aber am Schluss, selbstverständlich, denkst du dann, okay, dann nimmst du wenigstens einen Punkt. Und ja, jetzt hätte es gar keinen gegeben. Wenn Sie das Spiel ein bisschen Revue passieren lassen, wir haben vor dem Spiel auch darüber gesprochen, wie schwierig die Situation für die Spieler ist, eine gewisse Lockerheit anzubringen. Wie haben Sie die Entwicklung der Mannschaft über 90 Minuten bezogen auf die Lockerheit? Ja, ich glaube, man hat genau das gesehen. Wir haben etwa 20, 25 Minuten gebraucht, bis sie die Stilsicherheit auch im Ballbesitz gefunden haben. Und dann in der zweiten Hälfte haben wir den Druck richtig aufbauen. Und ja, ich denke, bis zum Penalty müssten wir vielleicht schon das eine oder andere Goal gemacht haben. Und dann müssen wir dreimal wechseln. Ich hoffe, Marco Basic, wir befürchten das Schlimmste. Also vielleicht, dass es mit dem Kreuzband etwas sein könnte? Keine Ferndiagnosen, aber das hat nicht gut ausgesehen. Nein, das hat definitiv, da hoffen wir natürlich und wünschen an dieser Stelle alles Gute. An Marco Basic, am Captain von den Grashoppers. Und die Situation, die Matthias Walther gerade angesprochen hat, die Möglichkeiten, um in Führung zu gehen, die hat die EZK in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, wir starten am besten mit dem Freistoss vom Chefrennen aus den 50. Spielminuten, Rolf. Ja, das war ein Freistoss, vor 24, 25 Metern. Hat er super gemacht. Stojanovic hat gemeint, er ging über die Mauer. Hat spekuliert. Und wenn wir in der Zeitlupe das sehen, merkt man das, ein riesiger Rückwärter-Gohle am Pfosten und auf ihn. Ich meine, das hat er super gespielt. Und der Goli hat spekuliert, den Ball nicht gesehen. Also da hat St. Galler unheimlich viel Glück gehabt. Und aufgrund einfach von der Art und Wiese, die EZK gespielt hat, hat es da eigentlich schon das 1 Nummer verdient. Also das war die 50. Minute, die Chance nach dem Freistoss. Die zweite Situation, die Interims-Cheftrainer von Grashoppers angesprochen hat, war die 54. Minute. Und da war es eben nicht unbedingt das Glück, das im Weg stand, ist es dann einfach zu wenig gemacht aus dieser Situation. Ich sehe sie jetzt zum ersten Mal. Sorry, Mimadicev hat sich zu weit vorgelegt, ja. Man sieht in der Mitte noch die Möglichkeit. Kodro ganz allein. Also das ist mehr als eine 99%-Tor-Chanse. Das ist eine 100%ige. Und da hat er natürlich viel zu wenig daraus gemacht, der Jeffrey. Und ist dann noch in den Goli reingelaufen. Das ist dann auch noch gefährlich. Und man sieht da, während dem ganzen Sprint von dem schönen Steilpass von Basic, hat er nicht einmal in die Mitte geschaut. Jetzt müsste er nämlich abgeben, müsste abgeben, müsste abgeben, müsste abgeben. Und hat ihn nicht in die Mitte geschaut. Wenn ein Spieler von seiner Qualität nach einem 30-40m Sprint oder während dem Sprint, muss ich zwingend mal hineinschauen, weil Kodro hätte sie noch ins leere Goal schiessen können. Und wenn man natürlich dann aus diesen Chancen nichts macht, dann wird es im Fussball halt immer schwierig. Gleiche Meinung? Ja, also wenn ich die Situation jetzt nochmal im Fernsehen sehe, ist klar, ich könnte sogar den ersten Ball einfach in die Mitte reinlegen und dann ist der Goal. Und das ist richtig. Der Chef, normalerweise würde man sagen, der spielt hierher. Also, Dejan Stojanovic, der Goalie vom FC St. Gallen, hat sich in dieser Situation noch verletzt. Dani Lopard hat dann zum Einsatz auf die Seite des FC St. Gallen und wir haben uns ein bisschen gefragt, wieso sie diesen Wechsel vorgenommen haben mit dem Chefrennen in dieser Situation vom Spiel. Ich meine, er hat dann nachher gerade den 1-0-Treffer geschossen nach dem Penalty. Wir haben uns gefragt, was sind die Überlegungen dahinter gewesen? Beim Chefrennen müssen wir immer schauen, dass wir einen Feet haben, auch jetzt gerade für die englische Woche. Und er hat auch gezeigt, dass er raus möchte und aus diesem Grund haben wir ihn dann auch gewechselt. Also, dann schauen wir uns die Situation an, die zum Penalty geführt hat. 74. Spielminute war es erst 72. Die Frage, Penalty ja oder nein, Dani? Also, für mich ist es ein ganz klare Penalty, weil, äh, klar, man sieht jetzt nicht den wahnsinnigen Leibli reisser, aber, äh, die Hand von Mouazo King hat dort oben nichts verloren. Man sieht es jetzt gerade, er hat einfach die Hand am Arm angelegt, und, äh, der Basic, kann man jetzt in dieser Situation nicht sagen, hat sich, äh, hat das gesuche gehabt, weil anscheinend hat er sich wirklich sehr, sehr fest weh gemacht. Er verdrollt sich nicht, sieht ganz, ganz böse aus, man kann fast nicht hinschauen, aber, äh, für mich ganz klar ein Penalty. Also, der Scheizrechter, der Feday San, hat dann auch auf Penalty entschieden, und es ist dann eben die 74. Spielminute gewesen, der Führungstreffer für die Gras-Ropperser, Jeffrey, da haben wir alle gesagt, das ist jetzt einfach die logische Konsequenz für den Aufwand, den die Mannschaft betrieben hat. Wird man ja belohnt, oder, Rolf? Absolut, sie haben, äh, die zweite Halbzeit, äh, ja, das Spiel total im Griff gehabt, sind aggressiv gewesen, haben drei, vier ganz gute Chancen rausgespielt, sei es nur Penaltys das Minimum gewesen, aber nachher muss man sagen, haben sie ein wenig Schiss bekommen von der eigenen Courage, St. Gallen hat natürlich dann natürlich ein wenig mehr gemacht, der geht sich ein wenig nach hinten gedruckt, aber das heisst natürlich nicht, dass man noch zwei Goal bekommen muss, wenn man so gut gespielt hat bis dahin. Also, das erste von diesen zwei gegen Goal, das schauen wir uns selbstverständlich auch noch an, 83. Spielminute, Moussavo King war der Torschütze für Ostschweizer. Vielleicht, äh... Ja, ich meine, also, das ist nicht negativ gemeint, aber, wenn du so einen Match anschaust, und dann, dass die Ostschweizer zum Eiseins Ausgleich kommen, das ist, äh, eine böse gemeinte, aber das ist, wenn überhaupt so eine Mannschaft zurück ins Spiel kommen kann, dann ist es mit dem stehenden Ball und, äh, ja, wenn man das ansprechen will, steht halt dort drin schon ein bisschen allein. Klar, wenn er weit auf den zweiten Ball geht, dann ist, äh, der erste Gedanke vom Offensivspieler, wäre, dass jemand zwei Schritte raus machen, aber du darfst dann halt die Spieler halt dann gleich nicht so ganz allein gelassen, und, äh, das wäre, glaube ich, der letzte Spieler gewesen, wo ich darauf gewettet hätte, dass der irgendwie ein 1-1 erzielt. Aber es passt eben zu dem verrückten Fussball an. Der FC St. Gallen hat dann, äh, in den 90. Minuten noch eine riesige Möglichkeit, wo man schon gedacht hat, ja, jetzt wird noch der Heinz Lindner zum Matchwinner und rettet immerhin noch einen Punkt. Wie haben Sie es gesehen? Ja, ist richtig, das ist dann auch die Phase gewesen, wo man hat muss sagen, okay, jetzt musst du einfach einen Punkt mitnehmen, das macht er super, der Heinz, genau. Und, ähm, ja, das, man hat gemerkt, wir mit unseren drei wechseln, und wir mussten dann den Buiar auch noch rausnehmen auf der Seite und dann ist wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viel ähm, ja, auseinandergenommen worden. Und wir haben sicher spielerisch, hatten wir den Match im Griff und der Rolf hat es gut gesagt, es war auch nicht der Plan gewesen, dass wir es noch hinterher drücken lassen. Wir wollten eigentlich ganz klar vorne weitermachen, aber wahrscheinlich ein bisschen zu viel Wechsel und der Gegner eben, dann haben noch ein bisschen System umgestellt und halt dann auch mehr gemacht und mehr riskiert. Ist das etwas, die die Mannschaft vielleicht eben im Moment auch weniger gut vertraut als noch in den Momenten, wo es gut gelaufen ist? Also es ist immer schwierig. Es ist ein einzelner Match. Ich glaube, wir haben wirklich 75 Minuten lang einen sehr guten Match gemacht. Oder sagen wir so, wir haben es dreigesteigert. in den Spiel rein. Also der Mannschaft war vielleicht am Anfang anzumerken, dass noch ein bisschen Stillsicherheit fehlt. Aber die hat sie sich eigentlich selber erarbeitet, hat nachher ein Goal gemacht. Wir müssen uns vorwerfen, dass wir vielleicht nicht eben ein zweites oder drittes gemacht haben. Und dann kann so ein Match dann auch kippen. Und dann sind es eben die Ostschweizer, die das zweite Goal geschossen haben an diesem Abend. 93. Spielminute, Nassim Ben Khalifa am Ende der goldenen Torschütze. Schauen wir es uns an, das Goal. Ja, ein blöder Ballverlust natürlich vom Verteidiger. Man hat den Ball fast auf sicher. Man legt sich am St. Galler Spieler die Pfanne fertig an. Und das tut natürlich doppelt weh, dass man quasi da noch so ein bisschen mitgeholfen hat. Das ist natürlich ein Ballverlust, welcher in dieser Minute nicht mehr passieren darf. Und dann eine schöne Ecke tüpft. Das ist typisch, dass man halt dann auch den Ecke tüpft. Also St. Galler, ich würde nicht sagen, dass es total unverdient war heute, aber aufgrund von dem, dass sie als Dritter sind, dass sie Selbstvertrauen haben, haben sie am Schluss dann nicht umverdient können, wenn man noch zu solchen Torchancen kommt, wo man quasi beschenkt worden ist. Also das Geschenk von den Grashoppers am Schluss. Wir wollen natürlich auch noch den Torschütz, Nassim Ben Khalifa zu Wort kommen, er war Chris Augsburger. Nassim Ben Khalifa, 2 zu 1 gewonnen in einem wirklich verrückten Spiel. Wie können Sie sich die 96 Minuten erklären? Also, ja, verrücktes Spiel werden ist nichts zu sagen. Ich würde sagen, es war ja ein ganz normales Spiel, nicht viel Torchancen von beiden Seiten, vor allem von uns. Und wie ich vorher gesagt habe, wir haben heute die drei Punkte mitgenommen und das ist das Einzige, ich denke, was wir nehmen können von diesem Spiel. Trotzdem, St. Gallen konnte nach dem 0 zu 1 reagieren. Wieso? Oder wie hat man auch den Schalter umlegen können? Ja, vor allem bei dem 1 zu 0, wir haben alle daran geglaubt, dass wir das Spiel gewinnen können, nicht nur unentschieden machen. Wir haben auch Peter Czerneg und Daniel Leopard und Cedric Giten, die reingekommen sind, haben uns auch ein bisschen gepusht im Team. Wir haben einen taktischen Wechsel gemacht, die letzten 10 Minuten und es hat uns viel mehr Power nach vorne gegeben. Merci beaucoup und einen schönen Abend. Danke vielmals. Also mit mehr Power am Schluss zum Sieg und Power ist schon ein gutes Stichwort in den letzten 10 Spielen haben die Grasoppers siebenmal in der Schlussviertelstunde ein Gegengoal kassiert. Haben Sie eine Erklärung für diese Statistik? Die habe ich jetzt nicht gerade so präsent gehabt, aber es ist halt, das ist in dem Fall eine Problematik. Wir sind sicher immer gut im Spiel. Am Anfang waren wir eigentlich immer und ja, im Moment ist es wahrscheinlich einfach ein bisschen so, wenn du das Pech hast, dann ist es so, wie es im Moment ist. Jetzt ist es nach all dem, was in der letzten Woche war, vor allem eben auch diese Woche mit der Entlassung von Murat Yakin, Sie, die übernommen haben, ein erstes Spiel gewesen. Was ziehen Sie jetzt für ein Fazit, was kann man mitnehmen aus dieser Partie für die kommenden Wochen? Was man sicher mitnehmen kann, ist die Leistung über 75 Minuten. Ich glaube, man kann der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen, wie sie sich da hinein gehängt hat. Und es ist ganz klar, dort müssen wir bereits morgen wieder ansetzen, dass wir da in Basel wieder einen guten Auftritt zeigen können. Und wenn Sie von mir reden, dann sind das Sie mit Patrick Schnarwied und Timo Jankowski oder sieht es so aus, dass unter der Woche vielleicht schon der neue GZ-Trainer im St. Jakob Park an der Linie steht? Heute nach dem Match reden wir sowieso nicht über das und wenn das dann genau der Zeitpunkt ist, das werden wir sehen. also jetzt haben Sie ja mal kurz die 90 Minuten als Trainer. Wenn wir versuchen, mal schnell auf die Seite zu legen, trotzdem schnell in die Rolle schlüpfen vom Sportchef. Ich weiss, das ist nicht ganz einfach. Das MW ist nicht Materialwart, sondern das ist Matthias Walther. Den Witz haben wir vor dem Spiel noch gemacht, aber ich musste nachhaken. Reden wir über das Sportchef, über Ihre Funktion als Sportchef. Wie definieren Sie das Anforderungsprofil von dem Mann, der Grashoppers im Abstiegskampf in der Liga halten soll? Das wollen wir jetzt noch nicht heute diskutieren, sondern heute ist es um einen Match gegangen und das machen wir dann in den kommenden Tagen. Also gut, dann gebe ich die Frage gerne mal weiter an unsere Experten. Rolf, was hat der zukünftige Trainer der Grashoppers heute für eine Mannschaft gesehen? Und was für Gedanken macht er sich, wenn er an die Zukunft denkt? Ich habe die Mannschaft gesehen, wie Matthias gesagt hat, sehr willig. Sie hat fightet, sie hat alles gegeben. Man merkt, dass sie sich aus dem Schlamassel fighten wollen, wenn man so will. Und der Trainer, der Idealtrainer ist der, der dann die ersten paar Matches gewinnt und dass man dann oben bleibt. Also, dann sind wir gespannt auf die nächsten Auftritte. Danke vielmals, Matthias Walther, dass Sie noch schnell bei uns im Studio waren. Trotz dieser bitteren Niederlage viel Glück für die kommenden Wochen. Herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio, der Interimscoach von Grashoppers. Wir wollen jetzt an dieser Stelle natürlich noch buchhaltig machen. Schaut uns das Resultat von heute und natürlich die Tabellensituation nochmal an. GC gegen St. Gallen also 1 zu 2. Lugano und der FC Thun trennen sich 1 zu 1 unentschieden. Morgen also noch die Match Basel gegen Lausanne, Luzern gegen Sian und die Berner Young Boys treffen zu Hause auf den FC Zürich. Zürich. Da werfen wir den Blick natürlich noch auf die Tabellensituation. Also drei ganz wichtige Punkte für die Ostschweizer, für den FC St. Gallen in diesem Kampf und Platz 3. Da müssen die Luzern morgen im Heimspiel gegen Sian anziehen. Ebenso, wenn es möglich ist für die Zürcher auswärts in Bern. Spannend ist vor allem aber dann, wenn wir runter schauen, GZ Platz 6 32, Thun 32, Lugano 32, Lausanne 31 und der FC Sian mit 28 Da ist es also gut möglich, falls die Walliser morgen in Luzern reüssieren, dass es zum definitiven super totalen mega Zusammenschluss im Abstiegskampf kommt. Ja, das sieht ja so aus und das verspricht spannende Wochen jetzt am Schluss. Und äh, ja eben, wie ich das auch schon gesagt habe, es hat die eine oder andere Mannschaft, die man am Anfang vielleicht nicht gedacht hat, dass sie dort unten zu finden ist und darum wird es... Sian für dich? Oder was? Ja, ich finde sowieso Sian hat in der Mannschaft enorme Qualitäten, aber die haben auch längere zeitliche Probleme und ich denke schon, dass die den Schritt dort unten raus werden machen und äh, dann wird es einen super Zusammenschluss geben, wie du das gesagt hast und das wird extrem spannend. Wie siehst du das aus? Ja, wir haben, ich will jetzt zu St. Gallo etwas sagen auf dem 3. Platz. Sie haben jetzt 29 gespielt, 45 Punkte und das Torverhältnis von minus 7. Das gibt es eigentlich nie bei einem 3 platziert. Das ist phänomenal. Die Meisterschaft zeigt es sowieso. Basel hat das Plus-Torverhältnis und IB und dann glauben an Luzern 0 und alle anderen haben das Minus-Torverhältnis. Also ganz eigenartig, das gibt es nicht jedes Jahr. Und jedes Jahr gibt es aber das, was ich jetzt anfangen kann, nämlich ein Spiel zwischen Milan und Napoli. Serie A natürlich ein grosses Thema bei uns auf Tele-Club und diesen Termin müssen Sie sich ganz dick im Kalender eintragen. Der Kampf um den begehrten Scudetto ist noch immer in vollem Gange. Der SSC Neapel möchte die Serie von Erzrivaler Juventus Turin endlich durchbrechen. Holen die Süditaliener auswärts beim AC Mailand die wichtigen drei Punkte? AC Mailand gegen SSC Neapel. Morgen live und exklusiv auf Tele-Club Sport. Also Serie A natürlich ein grosses Thema bei uns auf Tele-Club. Auch in den kommenden Jahren wird das bei uns der Fall sein. Und apropos kommendes Jahr bleiben wir mal in der Einzahl. Champions League und Europa League. Das wird natürlich riesengroß geschrieben bei uns auf Tele-Club. Wir sind Königsklasse. Natürlich sehen Sie alle Spiele aus der Europa League. Alle Spiele aus der Champions League bei uns auf Tele-Club exklusiv. Da freuen wir uns natürlich sehr drauf. Wir sind Königsklasse. Ihr seid Exko-Klasse gewesen am heutigen Abend. Danke vielmals Rolf Ringer. Danke vielmals Dani Gigax für die Analyse am heutigen Abend. Morgen geht es dann weiter mit Reifisen Super League. Zweiter Teil der 29. Runde. Mevian Heim begrüße Sie dann morgen zusammen mit Pascal Zuberbühler. Da warten auch allerdings sehr, sehr spannende Spiele. Auf Sie also morgen Nachmittag nichts vorne, sondern Tele-Club schauen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Nacht. Bis morgen. Ade miteinander. Die Reifisen Super League auf Tele-Club wird präsentiert von Reifisen, Sporttipp und Blick. Inter-Club. – від • Ausatmen – Inter-Club. – – – – – –